Zweitens, mangelnde Überheblichkeit, weil du nicht denkst, Junge, ich kann doch nicht jetzt dieses Essen essen, das ist ja unter meinem Niveau. Deswegen, also Demut. Warum? Weil die armen Menschen, die essen das auch. Bist du besser als die? Wir sehen doch die Menschen, die in Notlage sind, was die alles essen. Ja, soll das heißen, du sollst jetzt immer Schmutziges essen? Du sollst ja den Schmutz wegmachen. Ja, aber da sind doch bestimmt 5000 Bakterien und Viren und Allah, wenn ich dieses Mikroskop sehen würde, dann... Allah sagt dir, er wird dich beschützen und du sagst mir, da sind 5000 Viren. Und wenn da das Schlimmste wäre, was es überhaupt gibt, mach es sauber, so gut du kannst und iss es. Natürlich, wenn es in eine Pfütze voller Gift gefallen ist, dann sagt kein Mensch immer zu, pust mal drauf und iss es. Also wir wollen es jetzt auch nicht übertreiben. Es geht darum, es ist auf den Boden gefallen und es ist alles in Ordnung, Alhamdulillah. Und der menschliche Körper, subhanallah, das ist eine Kläranlage. Eine ganze Stadt, also ein ganzer Betrieb hast du in deinem Körper. Reinigt ständig, das hatten wir schon erwähnt, ob es die Leber ist, ob es die Nieren sind und so weiter und so fort. Deine Antikörper. Auf jeden Fall, also wir wollen es nicht übertreiben. Also wenn das jetzt wirklich ein Stück ist und das ist jetzt auf einmal in Motoröl gefallen, irgendwie, warum? Ja, ist klar, also was willst du da sauber machen jetzt? Aber es geht darum, es ist hingefallen, Alhamdulillah, da ist jetzt kein Dreck. Ja, vielleicht, Allahu alam, was da, irgend so ein Fussel vom Teppich oder so ist dran, das bringt dich jetzt auch nicht um, du wirst ja nicht 5 Kilo Teppich essen jetzt. Dann machst du diesen Fussel einfach weg, Bismillah, und isst es einfach. Also, er sagt, erstens, die Befolgung des Befehls des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, mangelnde Überheblichkeit und drittens, dass man den Schaitan daran hindert, es zu essen. Warum das alles? Warum sagt der Islam, guck mal, was auf dem Boden fällt und es ist nicht dreckig, iss es. Was übrig geblieben ist, sollst du essen. Das nennt man heutzutage dieses Achten auf unsere Nahrungsmittel. Wie viel wird verschwendet und vergeudet und weggeschmissen an Essen? Glaubt ihr jemand, der auf jedes Reiskorn achtet, schmeißt 5 Kilo Brot weg? Das heißt, dadurch wird der Mensch erzogen, in Maßen zu essen. Wenn du ganz genau weißt, du lässt nichts mehr übrig, dann wirst du nicht 5 Tonnen Lasagne auf deinen Teller legen. Dann weißt du, okay, ich nehme ein Stück, will ich noch mehr, nehme ich noch mal ein kleines Stück, aber ich esse, ich lege jetzt nicht 5 Tonnen Lasagne und dann nur 2 Gramm essen, ich bin satt. Ja, was mit dem Rest jetzt? Ich meine, wenn du es dann lagern kannst im Kühlschrank oder so und du isst es nochmal, Alhamdulillah, Hauptsache es wird nicht weggeschmissen. Und leider wird sehr viel Essen weggeschmissen.